Infrastruktur gibt es auch, Gasthäuser haben geöffnet, Hotels gibt es sogar einen schönen Platz, wo man sich hinsetzen kann diese Abstiegsetappe da ist nicht unbedingt das Highlight des Welterbestecks Schöne Kirche in Augsbach, ansonsten ist der Ort eher nicht so unglaublich attraktiv Hallo und Grüße aus Maria Lacham-Jahrling, ich bin Platterbauer und heute geht es auf die sechste Etappe vom Welterbesteckwachau und da nehme ich euch einfach mit, weil wir haben es gerade sehr günstig komplett ohne Verkehr, komplett ruhig und das wollen wir ausnutzen Gasthäuser haben geöffnet, Hotels gibt es sogar einen schönen Platz wo man sich hinsetzen kann, wir rasten natürlich jetzt nicht am Anfang unserer Etappe, weil wir vorher nicht gegangen sind das ist derselbe Tag wie der fünfte Etappentag, aber wir haben uns trotzdem ein Rast verdient Hinter der Kirche vorbei, haben wir eine neue Perspektive schon im Ort bleibt die Markierung ohne Fehlung da da, jetzt schauen wir mal ob es am Obstieg auch so bleibt das macht er gut, dass er sich von der Straße sehen hält, der Steig weggeworfene Blumen, oder? oder ist jemand der Blütenpracht überdrüssig geworden? obwohl er es um die Jahreszeit vermutlich nicht mehr gießen müsste das ist das ist das ist jetzt sind sie eineinhalb stunden von da aus man kann die etappe nach haxbach markt jetzt als verbindungs etappe sehen geht hauptsächlich bergab es sind maximal zwei stunden gehzeit aus meiner sicht und damit bietet sich die überschreitung des jahrlings an einem tag wirklich an sind dann insgesamt circa 20 kilometer und in etwa so siebeneinhalb stunden gehzeit und da geht es jetzt hinauf ja tatsächlich sehr gut erkannt schleimkopf in 505 meter seehöhe axtbach markt marktplatz in einer stunde schwimmen oder außenrum ein kurzer gegenanstieg beginnt das böse gewart kommt bei sein spiel es ist ein wenig attraktiver abschnitt gewesen das was man da sieht ist eh noch ganz ok aber leicht bergauf geht es auch noch dafür ist es auch wenigstens schlecht markiert mühseliger navigation durch die sümpfe der traurigkeit achsbach markt da haben sie sich mit der markierung eben mühe gegeben aber nachdem der weg kaum begehbar ist der original weg ist eine einzige pfütze naja wir sind noch einigermaßen hoch aber zum ersten mal auf dieser etappe sehen wir wirklich direkt die tonau ja das rastplatz auch böte eine schöne aufsicht aber jetzt brauchen wir kein rast mehr so jetzt wo ich schon misstrauisch geworden bin, achsbach markt 0 der besteig die serpentine ist markiert da sind wir da gegleitzt mit der markierung aber da oben ist eine gewesen und die hat einen teil runtergepackt diese abstitze etappe da ist nicht unbedingt das highlight des welterbergreichs war da ist jetzt wirklich fast straßenkilometer und fast straßenkilometer und wenn man das jetzt nicht in so einer schönen herbstlichen umgebung hätte dann wird man schon ganz schön fad achsbach markt welterbergsteig, na bitte ja auf was falsch sind wir und da bin ich in achsbach markt angekommen bald ist das ende erreicht und ich muss ganz ehrlich sagen jetzt bin ich froh nicht deswegen weil die stunde schon sofort geschritten wäre oder so viele kilometer aber der abstieg ist wirklich nicht sehr attraktiv da kann man jetzt nicht sehr viel positives darüber sagen ja beim bahnhof achsbach markt waren wir in 216 meter seahöhe ist allerdings für uns jetzt keine alternative wir wollen zum busch schöne kirche heute achsbach ansonsten ist der ort eher nicht so unglaublich attraktiv wir wollen den trip das ist jetzt das offizielle ende der sechsten etappe vom welterbergsteig wachau und damit bleibt man auch nicht mehr zu sagen ich bin flau dabei und weiter gehts hoffentlich auf 7 etappe des welterbergsteigs steigst und falls nicht, vielleicht sieht man sich ja mal auf einer anderen Tour. Wenn wir Flügel hätten, wären wir schnell dort. Das Buch hat nicht gesagt, dass man dort so viele Christophonkulturen gibt. Das ist leider ein einsamer Vorerstraßenhatscher. Leider einsam vielleicht nicht, aber leider Vorerstraßenhatscher. Und das ist aus. Ist nicht mehr. Ja, wir wollen einmal zurückgehen. Ja, da lacht er, der Briefdreher, aber absteigend. Immer das Dorf führt uns zur Welt, aber ich denke, an der schönen Kirche vorbei. Kann man sich einen hübschen Rundgang leisten durch dieses Burkircherl.